überlegt erst mal ob ihr wollt dass wir im nächsten Part vielleicht die Festcamp in die Mitte setzen also dass mein Gesicht hat auf meiner Seite ist und sein Gesicht auf seiner Seite mehr und das passt schon nicht beide Gesichter irgendwie jetzt auf beinahe auf seiner Seite wie ist jetzt gerade der Fall war hallo wir spielen mal wieder mal im Karten und ja er ist auch wieder dabei wer hat's gedacht nach dem letzten Part zu gut ankamen wollte wieder dabei sein man kann sich schon heute ist nicht wieder dabei er gibt mir richtig viel Geld er ging aber wie viel gewiss die denn 100 das war dann weiß ich selbst aber nicht mal was die gar das Auto ist richtig klar ist ich bin ich habe ein kleines Auto im Buch allerseits ist es gerne so leistet man es alle überholen ja die jetzt wieder abkacken soll es jetzt auch diese Richtigkeit es hat mit definitiv das beste Autos geschaut sag ich doch dass ich mit dem einen Auto wann war das vorgestern ja vorgestern und das kann man sich nicht spielen heute kannst du es wieder ja weil ich wenn einer das Auto gewählt hast das ist jetzt sehr groß die Prophezeiung und ich überhole einfach mal in ständ das war zumindest mal nicht in die Panzer reinfahren ich habe eigentlich gedacht du spielst in den Kopf ja es wird auch wozu meine Charaktere mal durch früher war es wohl oft Tanuki Mario Tanuki Mario hast du den in diesen Anzug Anzuggänger alter das Rad ist ja übelst aber ich habe eine Rakete vielleicht solltest behaupten dass es links bin kannst du machen wie du weißt ne ich bin rechts also ich bin links ich bin vierter ich hab komm der hat da so kacke geplitzt ich bin dritter uh so hohl ist jetzt was alles gleich nein ich bin zweiter nicht mehr lange nein was auf du bist der Erste ach man ich bin vierter ich lässt Kurve genommen bin ich der Dritte ah ne vierter war ich hab ich jetzt alles abgeschlossen es geht los weil ich nicht jetzt bin ich Sechster Alter das Rad ist nicht wirklich toll man dann ja ich hab dieses Teil wie heißt das äh Hupe die behalte mal bis zum ersten Platz dann kannst du dich gegen die ersten Bombe wehren das ist effektiv ja übrigens ähm was wollte ich sagen oh man komm ich werde jetzt noch wenig als ob ich vierter fünfter bin weil ich da durch den Sand gefahren bin sehr schön du bist aus dem Sand gefahren ja definitiv das beste was man machen kann ne du wirst in Sand fahren ich bin Box Bruder ja ach so weiter geht's hab jetzt mal wieder gecutt ohne es anzukundigen ich vergess immer es anzukundigen ja weil ich cutte immer das wisst ihr hast du nicht nix neues du fährst daneben hab ich doch gesagt er cutt ganz fest ne machen keine YouTuber irgendwie wenn wir cutten was ganz neues filmen ja halt so jungen hier ist auch mal filmen ja wir sind ja jetzt sagen würde kauft man tut die Deutsch bei Aldi ach so ja ja oder noch gleich lauter nahmen also falls ich muss so eine Physik lehrer sind heiße müssen sein ich mag den was bringt dieser Geist am Apropos heiße ich hab ein vollkackes Auto oh und du bist jetzt definitiv auch wieder erster wir sehen das alle ja halt noch eine Null dahinter aber das ist nicht so schlimm juckt ja niemand nur da definitiv niemanden alter als ob man da nicht drüber fahren kann ich hab gedacht da kann ich schön drüber springen ich dachte du kennst die Bahn alter ist fahren sie LOL hey das riecht so oft diese Kack Bahne ja aber den Kapp müssen wir als nächstes spielen damit wir nicht so aus dem Ruder ich hab die Acht oh dafür bist du aber auch ein sehr guter Platz ne juhu aber dieses da kommt meiner Krampf Krampfanfälle bei diesem Rad hier welches Rad ne lol da hat eine Bombe geworfen ist selbst reingefahren dieses Opfer kind das war ich ne das war vor mir das war ich bin auch immer erster Bombe und ich werde wohl erster nein wer ist nicht was inkompetent dafür bin ach kommst du ich krieg auch weil man nie sieht wo man hin muss wenn du im Wassergrad bist wenn man auf dem Wegen ist wird das dann ah der Blitz hat mich jetzt sehr aber alles klar kurz vorn Ziel ist das erster werden können das dritte ok ich glaube das ist ein Zeissrat das ist damit eigentlich gar nicht für Rest kommen ist das in Ordnung Scheissrat Zeissrat was für Rad ja ich bin noch neunter halleluja so der Blitz der war auf jeden Fall gut ja ganz tolle also ich bin hinter David ja man glaubts nicht mein eigenes Hund ich wollte dich dann gleich hinter so also dann musst du so beim fliegen also ich war du musst beim fliegen ja beim fliegen fuck ich hab voll verkackt dafür weiß ich jetzt etwas ich weiß was das ist du weißt was das ist was neues keiner weiß was er weiß nur ich weiß dass er es weiß das macht keinen Sinn na doch voll voll klare kacke warte mal ganz kurz Achtung ich hab einfach sehr kompletterweise die Schlausteuerung angehabt weil du bist echt dumm wieso Alter ich bin jetzt zitter wieso bin ich dumm weil was ist denn das hier ich soll einfach Alter ich kann mit ich kann auf dieses Rad nicht ab ist ja nicht mehr schrönen ja ich hab es gekonnt ja du hast es gekonnt ja perfektes Deutze wolltest du zu mir Zelda sagen wieso Zelda weiß ich nicht weil du irgendwas mit Z gesagt hast hab ich hab ich ok Alter ist halt direkt wieder ins Geburts was ist denn das wo ein das Auto man Hilfe 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 Alter ist mit 2 das kann nicht sein das passiert gerade nicht ich bekomme immer in dieser Kurve vor dem Schloss immer diesen Speed die Leute die beiden Abkürzung gemacht die nicht funktioniert hat welche Abkürzung aber es ist ja keine wenn sie aber das hat hätte ja auch die Fallbeiner von und danach die 8 du bist alles klar wie viel Lack ich hab Lack voll krassi ich bin lol ich bin zwölfter von der Käthe bekommen wir danach immer noch zwölfter ich sollte mir S zugehen denken geben d d d hup hup hat man die Achter noch? ja ich hab gedacht schon Alter was ist das für ein Rad ich komm darauf einfach übelst nicht klar was für ein Rad welches Rad denn? diese Räder dieses Fahrzeug meinst ja wieso hab ich das Rad gesagt? Fahrzeug du sagst die ganze Zeit Rad ja keine Ahnung ich hieß Fahr ja wieder Rakete oh Raketen Battle wer ist schneller welche Rakete ich glaub das deine einfach noch länger geht als meine ja ja bürger Mann ich war auch in die Scheiß gebürzt Alter aber ich hatte dann noch Speed Gott ist die dritte Runde Alter Elfter hm ich war noch überholt war trotzdem David ist zwölfter das ist nö schaut mal damit kannst nicht mal mehr alleine ja nein ok ich fahrts anders im Ziel ok gut Alter das ist schlimm zwölfter so jetzt was müsste ich eigentlich mit dir hä? ich muss mich hocharbeiten hä? hä warum war ich jetzt? weil du das letzte Mal auch nicht so überragend warst wieder mal vergessen du sagen das Karte ich hab's einfach gemacht letztes Rennen schon vor dem Part der geht erst schnell diesmal hä nein wir machen du weißt es gar nicht aber wir machen ja das dann letztes Rennen nein wir machen immer das machen wir zwei Cups ja ein Kappel pro Part ja ok da machen wir dann noch mal ein Part ja fertig gesagt ja fertig gesagt ja so wie immer so wie immer aber alter da muss man die Persisten das vor hä? diese Map ich hasse sie ja das hast die Map und das Fahrzeug nein das Rad dieses Rad fahr ja Stern ich bin zu inkompetent nach vorne zu lenken ey die 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 hinter die 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 l die 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 das meister er ne da kann ich gleich machen irgendwie die besseres ergebnis am Ende so so hat das heißt mit dem Ding das ist so grob damit kann man nicht mehr lenken mit dem Zeiss-Fahrzeug so grob man kann es sein dass du gerade nehmt nie dieses Fahrzeug aus dem Wollt zu Ende ist es gerade tut als optiker du besiebt das Rakete ist mit 12 da und hängen ich bin so viel Lack jetzt bin ich zweiter und erster und fährst in der Banane es hat man auch direkt vor einer Banane abgelagert nice ne ähm äh überlegt erstmal ob ich vielleicht sag mal dass ich Lack hab bitte ja ja schreib das mal Lack ich hab keinen Lack das ist cool überlegt erstmal ob ihr wollt dass wir im nächsten Part vielleicht die Facecam in die Mitte setzen also dass mein Gesicht halt auf meiner Seite ist und sein Gesicht auf seiner Seite ne aber das passt schon nicht beide Gesichter irgendwie jetzt auf Beine ab auf seiner Seite wie ist jetzt gerade der Fall war alles klar die ersten war ja echt passend dann war ich halt sie ist denn das hier das ist wieder zurück da ja du musst halt hochziehen ja aber ich kann mit dem Fahrzeug du bist gerade runtergefallen ich ja also der Computer animiert ist du ich kann ich kann damit ein Fahrzeug einfach gar nicht fahren wollen wir tauschen ne ist ein neuer Kampf jetzt dann da werde ich mir ein anderes Fahrzeug auswählen so Leute ich verabschiede ist wie immer der Absplan kommt noch ciao 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 ciao